unten rechts bitte schneller drehen an dem runden ding hier unten ja da muss das irgendwo sein ja die tür durch die sender wie gesagt prognose 56 prozent werden gerade eine journalistische anfrage ich weiß nicht ob das vom spiegel war oder spiegel nahe oder spiegel kritiker keine ahnung aber es wurde die vernünftigen fragen gestellt wollen wir an der partei an der bundestagswahl teilnehmen ja natürlich indirekt durch mindestens durch wir 2020 de oder auch gerne über die basis und und wir 2020 eu aber bitte gerne dann haben natürlich am liebsten fusioniert also deswegen fragt war dann auch die frage die frage des journalisten die er geschrieben hatte war dann auch gewesen ob wir uns einem wahlbündnis anschließen würden wir würden das befürworten weil wir ja nicht als partei auftreten sondern der weltrat muss ja unabhängig bleiben wir sind nur externe reformer die den parteien zur verfügung stellen stehen und wir begrüßen natürlich jedes wahlbündnis ja denn gegenseitig sich die stimmen wegnehmen macht ja nun wirklich gar keinen sinn ja dann werden wir uns gleich widmen ja und eben 56 prozent wir wollen ja dann wenigstens schaffen dass wir 28 von diesen 56 prozent realisieren können bei der bundestagswahl damit wir den kanzler stellen können die kanzlerin ja die tue durch die sender tds 1 auf dem sender die welt klar sehen bei youtube also einfach eintippen die welt klar sehen und die diskussion den werden wir uns gleich auch widmen und dann der wahrheitskongress brachte auch anfragen von wir 2020 eu mitgliedern wir haben jetzt also auch für die nächste sendung von der tour durch die sender tds wenn hoffentlich irgendein größeres größerer sender jetzt die nächste tour sendung veranstalten will dann haben wir immerhin zwei mitglieder weibliche mitglieder von wir 2020 eu die dann gerne auch ihre fragen mitstellen wollen an die externen reformer und wir haben ja die externen reformer das hatten wir ja gemacht dass wir den professor hans werner sinnen den professor achim truger und den arzt christian zimmermann vom patientenverband anempfohlen haben als weitere externe reformer sozusagen ja und hier noch mal kurz das bild vom wahrheitskongress ja hier hatten wir ja sozusagen das war die darstellung aber ich glaube die sendung ist jetzt nicht mehr verfügbar aber es gab dann anfragen anrufe und so weiter also offensichtlich ist es auf großes interesse gestoßen und auch sehr positiv aufgenommen worden ja von daher also ja das sind ja alles unsere bilder mit denen wir diese ganzen ja letztendlich auch das ganze thema der vorteilbringenden irrtümer natürlich immer wieder thematisieren müssen denn unsere welt ist wirklich voll von den vorteilbringenden irrtümern im moment werden wir alle gebeutelt von den vorteilbringenden irrtümern der der aller gesundheitssparten ja aber insgesamt geißelt uns geißeln uns zum beispiel die vorteilbringenden irrtümer der sozialsparten und der der sparte der ngs sparte sozusagen der ngos war sparte also non governmental organizations also alle die der spenden er bettler sparten die die fügen uns große schäden zu und wenn wir uns jetzt den kommentaren widmen dann werden wir das sehen du hast für ein riesen problem diese sozial was für schäden diese sozialsparten angerichtet haben in unserer gesellschaft ja das heißt nicht dass sozialspartler schlechte menschen seien sondern es ist einfach so dass unser system aus jeder sparte einen schädiger der gesamtgesellschaft macht weil die evolutionsverläufe einfach so verlaufen müssen dass es den sozialspartlern immer besser geht und dafür geht es dann der gesellschaft immer schlechter und dafür breiten sich dann unter den sozialspartlern einfach gefährliche irrtümer aus sie vorteilbringenden irrtümern die der gesellschaft schaden zufügen aber den soz den sozialberuflern wiederum gewinne bringen bessere einnahmen bessere karrieremöglichkeiten und so weiter in diesem sinne vorteilbringende irrtümer beziehungsweise parasitäre meme und wir haben mittlerweile viele parasitäre meme die die auch sozusagen den sozialparasitismus hoffähig machen ja früher haben sich die leute geschämt für sozialparasitismus und heute wird das arbeitsfähig gemacht zum beispiel gibt es ja so ein typisches parasitäres meme beziehungsweise vorteilbringender irrtum der sozialspartler die arbeit geht uns aus ja dann daraus folgt dann ja dann ist es ja ganz anständig wenn viele leute nicht arbeiten das ist ja dann ganz normal das ist ja dann kein kein asozialer sozialparasitismus mehr sondern das ist ja dann hoffähig das wird ja das ist dann gut so und ja und das das hat sich ausgebreitet das werden wir auch an den kommentaren sehen ja und ja zum thema bürgerparlament noch einmal ja das ist einfach letztendlich kann man sagen regieren regieren ist eine zu schwierige arbeit für bürgerparlamente das ist einfach eventuell zu schwierig wobei wie gesagt bürgerparlamente so weit sie auf echten repräsentativen wählerstichproben des bundeswahlleiters bestehen sind wären sie auf jeden fall besser als die jetzige politische situation aber reicht es uns wirklich nur wenn wir schon wenn wir deutschland total reformieren wollen wir dann wirklich nur eine etwas bessere lösung oder wollen wir die bestmögliche lösung und das ist eben das wozu die next scientists for future neigen punkte neigen nämlich die beste lösung zu erzielen ja und das heißt bürgerparlamente wären nur die zweitbeste oder drittbeste lösung eigentlich höchstens die drittbeste lösung ja denn letztendlich sind diese bürgerparlamente auch wenn die leute dann tatsächlich aus irgendeinem grunde wirklich ein monat auf ihre karriere in ihrem normalen beruf verzichten würden und da mitarbeiten würden diese arbeit wäre zu schwierig für die leute weil sie einfach ja jedes mal bei null anfangen müssen sich in irgendwas einzuarbeiten und so weiter das ist nicht der richtige weg der richtige weg ist profis profi regierenden die richtigen anreize zu setzen so dass sie gar nicht mehr im traum auch nur noch daran denken irgendwas gegen die bürger zu machen sondern dass sie an den lippen der bürger kleben und nur noch für diese arbeiten sozusagen dann ist die politik hat dann die richtigen positiven anreize und wie war das wir müssen die vorteilbringenden irrtümer aussterben lassen durch positive anreize und der typische vorteilbringende irrtum der politik lautet ja von lobbyisten und konzernen erhalte ich wertvolle informationen für die politischen entscheidungen für meine politischen entscheidungen dieser irrtum den müssen wir aussterben lassen durch die positiven anreize nämlich die positiven anreize resultieren ja daraus dass man also misst wie es den bürgern tatsächlich geht über die wohlfühlstimme oder andere daten gesundheitsdaten langlebigkeitsdaten wirtschaftswunder daten und dann eben sozusagen die politiker entweder gnadenlos negativ oder positiv sanktioniert dafür wenn sie eben nicht optimal für die bürger arbeiten und das erscheint mir doch als das höchst leistungsfähige system ja und bürgerparlamente sind oder bürgerräte bürgerversammlung sind da eben immer nur dritte wahl ja schon die die wie sagt man wie die die vorwahlensysteme der next scientists for future.de sind da wesentlich besser als die bürgerparlamente ja und das abgeben einer wohlfühlstimme wo die bürger ja überlegen müssen wie geht es mir denn wirklich und was denn und das schicke ich jetzt den bundeswahlleiter das ist genug arbeit für die bürger neben ihrer alltagsarbeit um die demokratie laufen zu lassen ja man sollte die bürger nicht überfordern und nicht überall versuchen einzuspannen in die regierensarbeit wenn sie dann letztendlich überfordert sind und suboptimale ergebnisse rauskommen wie gesagt aber nicht grundsätzlich also generell kann man sagen bürgerparlamente aus repräsentativen wähler stichproben wären immerhin besser als das bisherige vom ergebnis ja also bei den kommentaren ich werde gleich vorlesen wer hat man den eindruck dass manche die partei der nicht arbeitenden gerne aufbauen möchten und auch die neuen parteien gerne in diese ich übertreibe es jetzt mal also in in parteien der sozial schmarotzer und der der schmarotzer und sozialparasiten umwandeln möchten ja weil wir einfach mittlerweile wie gesagt da durch die sozial spartler gibt es viele die schon fast stolz darauf sind dass sie nicht mehr arbeiten und dass sie ja also dass ich das ist wirklich mittlerweile treten die leute auch mit solch einer dreistigkeit auf so nach dem motto ist doch völlig in ordnung dass der normale hart arbeitende fleißige bürger dass der mein sklave ist und ich der herr denn das doch völlig in ordnung ich arbeite nicht und der normale bürger arbeitet für mich und der gibt mir dann was und schenkt mir das ist doch völlig in ordnung das können sie in in köln jeden tag auf der straße sehen mit welcher unverschämten also ohne jegliches schamgefühl die menschen ihren sozialparatismus ihre bettelei ihr den 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 aus den leuten fast schon was raus pressen sozusagen an geld mit welcher selbstverständlichkeit und mit welcher grundsätzlichen anspruchshaltung sozusagen die vorteilbringenden irrtümer der sozialspartler haben letztendlich dazu geführt dass die leute wirklich die anspruchshaltung ist es völlig in ordnung dass der normale hart arbeitende bürger mein arbeitssklave ist und für mich geld erarbeitet dass ich dann von ihm schmarotze und parasitiere da hat man überhaupt kein schamgefühl mehr und 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 da werden ganze politische konzeptionen entwickelt die den sozialparasitismus weiter hoffähig machen sollen und eben jetzt über ein riesiges bedingungsloses grundeinkommen sozusagen noch mehr gelder von den hart arbeitenden leuten zu den nicht arbeitenden schaufeln sollen weil ja die arbeit uns ja angeblich ausgeht und dann ist es ja völlig in ordnung dann sind ja die menschen die grundsätzlich keine lust haben zu arbeiten genauso gute menschen wie die die jeden tag hart arbeiten und das ganze erwirtschaften von dem alle leben ja und und ja das ist also sozusagen das sieht man in den kommentaren ganz stark wie sich also sozusagen dieses das werden wir auch gleich lesen ja und gemeinsam lesen ja und dies das ist eine eine jahre letztendlich eine pathologische anspruchshaltung die kommt aber eben durch diese parasitären mime also durch die vorteilbringenden irrtümer wird das geschürt und dann wird dieses dieses was früher mal war dass sich die leute geschämt haben wenn sie als sozial schmarotzer gelebt haben wenigstens noch geschämt haben ja und 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 das nicht so offen gemacht haben ja jetzt setzen sich mittlerweile ja leute in sendungen da war doch dieser eine ich der name ist ich glaube böse oder so ja die 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 sich quasi mit seiner haltung des stolzes darauf sozusagen hinsetzen und sagen ja ich ich bestehe darauf dass die anderen arbeiten und mir mich dann versorgen ne so ein kern gesunde leute setzen sich da in fernsehsendungen und mit solchen grundhaltung und daher muss ich noch mal klar sagen die 56 prozent der next scientist for future in den in der simulierten bundestagswahl beruht nicht darauf dass sie einen sozialparasiten staat aufmachen wollen sondern dass sie die hart arbeitenden anständigen fleißigen menschen denen eine gute politik machen wollen ja eine gut funktionierende glückliche gesunde gesündere gesellschaft aber nicht jetzt plötzlich eine politik für sozialparasiten und so weiter ja und dann haben wir in den kommentaren ganz stark aber die werden wir nicht verlesen weil das ist langweilig wieder den versuch der rechtsextremisten die neuen parteien zu kapern jetzt auch über kommentare weil wenn man ich würde heute sagen es ist grundsätzlich ein fehler in den öffentlichen wie sagt man in den sozialen medien überhaupt kommentare zuzulassen denn genau diese kommentare benutzen die rechtsradikalen und die linksradikalen kriminellen sozusagen als einfall tor für ihre propaganda man bietet ihnen letztendlich nur eine propaganda plattform wo diese rechten und linksextremisten wühlen können für ihren extremismus und man könnte das einfach diese ganzen kommentare am besten ganz unterbinden denn irgendwie konstruktives kommt nie bei raus ja und aber jeder sender macht das so wie er meint also wir selbst mit unserem sendern next scientists for future haben alle kommentare verboten also untersagt und und weltrad der weisen haben wir sowieso in privat geschaltet weil wegen diesen ganzen rechts und links extremistischen terroristen und ihren belästigungen ja und und wir können gehen jetzt halt dort auf die kommentare ein wo sie leider wo die kommentare leider noch nicht unterbunden sind und dann ist es quasi so dass dann ist ja immerhin wichtig ist dass es fans von uns gibt die da also quasi diesen diesen verkaperungsversuchen der einerseits der sozialparasiten und andererseits der rechts und linksextremisten da also auch wenigstens ein bisschen kontra geben damit die da nicht freies feld haben ja ja das ist der gang der dinge das also sozusagen unser tipp an jeden sender einfach die kommentare zu sperren das hat keinen sinn das ist nur man bietet nur den extremisten plattformen und in dem falle noch den sozial parasitisch gestimmten leuten plattformen und das hat keinen taug oder das ist nicht sinnvoll ja jetzt gehen wir mal in der hoffnung dass youtube jetzt endlich unser die unser heutiges bild hier auch richtig erkannt hat gehen wir jetzt mal auf die kommentare ein kommentar den öffentlichen personen nahverkehr überall jederzeit kostenlos jetzt toller vorschlag ja das ist auch wieder so was so eine pseudo linke politik vorstellung eine pseudo soziale und pseudo linke politik vorstellung in wirklichkeit würde das ja den anreiz schaffen möglichst viel öffentlichen nahverkehr zu konsumieren und weil man den völlig kostenlos kriegt und damit würde der die umweltbelastung steigen der ressourcenverbrauch steigen die 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 ganzen öffentlichen nahverkehr müssten ja drastisch ausgebaut werden und so weiter und da und letztendlich würde dadurch ja die mobilität sucht wie es hier richtig dann heißt also hier die antwort jemand also dass das ist jetzt antwort von jemandem der er mit den next scientists for future sympathisieren dürfte durch die neue partei sollte die mobilität sucht abgebaut werden gleichzeitig sollte alle mobilität teurer werden um die mobilität sucht und urlaub sucht nicht noch anzuheizen man sollte menschen helfen wieder glücklicher zu leben in einem ganz kleinen umkreis von wohnen arbeiten sozialleben und liebesleben will ich mal ergänzen ja das heißt also die menschen sollten einfach in dem wohnhaus in dem sie leben sollten sie ihre liebespartner haben ihre sozialpartner ja das ist ja auch die idee der gesundheitskommunen der hausarzt hausarzt ersatzpraxis gesundheitskommunen healthy lifestyle clubs dass wir alle wieder im ganz engen umkreis mit der kneipe am eck und so weiter dass alles wieder in einem ganz kleinen small is beautiful ganz kleinen umkreis stattfindet dass man gar nicht mehr in urlaub fahren will weil man so glücklich ist in seinem sozialleben und sozialfeld und dass diese ganze urlaubssucht und mobilitätssucht aufhört das problem bei economy for mankind ist ja dass sie all diese suchtsüchte gar nicht thematisieren sondern diese süchte sogar noch stärker befriedigen wollen indem sie sozusagen der bevölkerung ganz viel geld für ganz viel konsumsucht urlaubssucht mobilitätssucht und so weiter in die hand geben und damit eine vollständige erdzerstörung eigentlich begünstigen würden so dann schreibt jemand wenn ich ein grundeinkommen von 1300 euro bekommen würde würde ich trotzdem noch eine tätigkeit suchen die mir spaß macht und der gesellschaft dient ich weiß nicht von welchem menschenbild her dillen ausgeht ich habe eine behinderung und bin 57 jahre alt und habe verschiedene berufe gelernt und habe mit der mini rente von 37 euro probleme ein leben ohne existenz angst zu führen ja da haben wir wieder das resultat all unserer sucht gesellschaft ja dass die leute sich gar kein leben vorstellen können ohne ihre esssucht ohne ihre zigarettensucht ohne ihre alkoholsucht und all diese süchte ja und 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 denn mit 730 euro kann man wunderbar sich völlig angstfrei ernähren und leben ja die wohnung vielleicht 400 euro dann hat man noch da 330 euro und man braucht ja im monat nur 30 bis 50 euro um sich wirklich gesund zu ernähren und so weiter aber da sieht man wie die dieses wie die sozialspartler mit ihren vorteilbringenden irrtümern es geschafft haben so etwas wie eine ja eine anspruchshaltung an die welt und dann das leben und auch vor allem die eigene sucht für völlig normal zu halten dass und das andere dann diese eigene sucht finanzieren kommt ja dann noch oft dazu ja das ist also dass man das mittlerweile für völlig normal hält ja existenz angst bei 730 euro also also gut ja wenn die angst weiter in der gesellschaft bleiben soll dann nehme ich mir den strick ja also das ist ja nur ein diskussionsbeitrag eines professors im weltrat von 23 wissenschaftlern und und mitgliedern ja dass der also sagt ja sowas wie eine gesunde angst ist nötig wir haben ja auch einen anderen professor der sagt nein es geht auch völlig mit einer völlig angst frei freiheit und die wenn das wirklich funktionieren würde mit der völligen angst freiheit dann müsste ja unser mini bedingungsloses grundeinkommen ja den gewünschten erfolg erzielen und diese region müssten ja dann total aufblühen also sollte man das mal experimentell testen in einer region das und dann sieht man entweder geht die ganze region dann kaputt oder sie blüht auf ja und das wird man dann sehen ja dann wird man sehen welcher tendenziell recht hat von den beiden professoren zumindest in der heutigen situation weil wir haben ja zerstörte psychisch zerstörte menschen wie dieses beispiel hier zeigt die also sozusagen sich schon längst mit ihrer konsumsucht und esssucht identifiziert haben oder ja also sozusagen sich schon praktisch identisch mit ihren sucht gedanken erleben denn wenn ich 330 euro im monat zum essen brauche dann muss ich es so süchtig sein weil ich dann lauter krank machende dinge zu mir nehme die meinen körper zerstören die aber als geschmacks drogen wirken und also sozusagen dann dann bin ich voll auf droge sozusagen ja oder herr dillen sollen mir bitte ein online seminar machen das gibt es schon hier auf diesem forum weltrat der weisen forum finden sie gesundheitstipps und neues da finden sie sendungen über gesunde ernährung sie finden alles darüber wie man sich mit 30 bis 50 euro kerngesund ernähren kann und abnehmen kann und so weiter möglicherweise müssen sich auch klar sein jeder der übergewicht hat hat auch ein viel ein überhöhten umsatz das heißt also der 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 vergeudet auch viele kalorien erst wenn sie abgenommen haben braucht ihr körper so viel wie er von natur aus wirklich braucht nämlich extrem wenig und sobald sie aber noch übergewichtig sind bauchumfang über 94 zentimeter bei männern oder über 80 bei frauen haben sind sie fett und haben einen überhöhten grundumsatz und so weiter und eine vergeudungsschaltung im körper und die anderen menschen die für für jemanden arbeiten die für die arbeitslosen arbeiten für die ganzen nicht arbeitenden arbeiten die haben einen anspruch darauf dass jemand nicht vergeudet sondern dass er nur das zu verbraucht was sein körper auch wirklich braucht und das ist eine sache auch das anstandes gegen die eigene sucht vorzugehen soweit man das selbst schaffen kann und das und wenn man das nicht schaffen kann wir werden ja dann zukünftig die psychotherapeuten haben die dann v i a t heißen also vorteilbringende irrtümer abbautherapeuten oder therapien heißen und die helfen dann damit aus diesen süchten ja rauszukommen ja aus der kapitalistischen konsumsucht ich finde herr dylans vorschläge und seine aussagen schlimm zu hören ja aber das soll auch so sein alle die diese vorteilbringenden irrtümer im kopf haben und es für selbstverständlich haben dass also sozialparasitismus mittlerweile für gesellschaftsfähig halten die sollen das auch als schlimm empfinden ja denn das ist die die next scientists for future bauen keine gesellschaft für sozialparasiten ja kein 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 nicht für schmarotzer also sozial schmarotzer ja das ganz klare absage ja wenn eine partei sich in richtung unterstützung des sozialparasitismus und das schmarotzer tums entwickeln würde dann müssten sich die next scientists for future wohl wohl oder übel verabschieden ja denn und dann sich öffentlich distanzieren von solch einer partei denn das hat dann nichts mit einer gesellschaft zu tun die arbeitenden menschen die aktiven menschen sind die die eine gesellschaft ausmachen mildtätigkeit gegenüber den unverschuldet unverschuldet in not sich befinden denn ist selbstverständlich aber doch nicht bitte duldung eines oder quasi ja letztendlich müssen muss man ganz klar machen das was im moment läuft dass die fleißigen menschen die sklaven der faulen sind das geht so nicht weiter ja das ist spätrömische dekadenz das ist der generation ja das ist das geht nicht ja naturwissenschaftler sehen das ganz nüchtern ja also in der evolution überlebt immer nur was ganz allergisch ist gegen alle formen des sozialparasitismus offensichtlich haben jetzt kommt die antwort wahrscheinlich wieder jemand der ihr für uns zu uns neigt sozusagen offensichtlich haben sie kommentiert ohne die videos geschaut zu haben natürlich werden vorher im tv ständig sendungen laufen ja aber derjenige weiß nicht auf unserem forum in dem forum gesundheit und dann rubrik gesundheitstipps und neues gibt es ja schon acht sendungen zu dem thema allerdings was richtig ist die fernsehsendung von ard und zdf in denen wir einkaufen gehen also hier steht es ja auch in denen eingekauft zubereitet und probe gegessen wird mit 30 bis 50 euro im monat die werden natürlich vorherlaufen das die formel lautet ja auch immer erst werden wir dafür sorgen dass alle in arbeit sind und danach wird harz 4 runtergefahren oder ein mit mini bedingungsloses grundeinkommen eingeführt wenn es nach uns geht ja also und erst behandeln wir die esssucht und die konsumsucht und das übergewicht und so weiter und dann reduzieren wir die gelder und so weiter ja und erst machen wir die sendung die im fernsehen genau zeigen wie lecker das ist mit 30 bis 50 euro sich gesund zu ernähren und dann fahren wir runter mit all den geldern ja ja und dann wird hier weiter geschrieben aber wieder höre ich irgendwie nur ein plädoyer dafür den armen mehr zu geben aber die armen sind nur eine verschwindend kleine wählerschicht von der die meisten möglicherweise gar nicht wählen gehen also nicht wähler sind ja wer wahlen gewinnen will muss laut economy for mankind politik für die fleißig arbeitende mittelschicht machen ja das war glaube ich in dem in dem hashtag vier hashtag fünf sendungen geäußert worden von economy for mankind das stimmt dass die gesagt haben es geht um die mittelsticht also um die ökonomische also die ja und entweder man macht politik dafür jetzt deswegen verstehe ich auch nicht wieso bei der ekonomie von mankind so viel politik für die nicht arbeitende gemacht werden soll ja also wenn er wenn doch einerseits die erkenntnis da ist dass die fleißige arbeitende mittelschicht die entscheidenden wähler zahlen bringt und die wahlen entscheidet letztendlich dann ist doch unverständlich warum dann die ekonomie von mankind sozusagen ihr dafür dazu neigen noch mehr gelder sozusagen in richtung der nicht arbeiten sind zu schaufeln und quasi der da dort das verböhnungs nest noch die verböhnungs hängematte noch etwas gemütlicher zu machen ja und genau das eben nämlich politik für die fleißig arbeitende mittelschicht zu machen wollen doch offensichtlich die next scientists for future.de die neue volkspartei soll doch nicht etwa partei der armen heißen oder vielleicht doch dann wird sie garantiert scheitern ja gut gebrüllt nein für ein euro kann man nicht frühstück stücken mittagessen abendbrot unmöglich ja das ist ja auch völlig falsch nur konsumsucht und esssucht kranke essen heute zur tage noch frühstück mittagessen und abendbrot da ist man automatisch zu viel einmal am tag essen heißt die formel des gesunden intervallfastens ja das gesündeste intervallfasten besteht aus einmal am tag eine kleinigkeit essen für 1 bis 1 euro 50 ungefähr ja gesundes gemüse hülsenfrüchte ganz selten haferflocken als getreide ab und zu soja ab und zu eine kleine dose fisch oder so als einzige ausnahme vom veganen ja obst gemüse was habe ich gestern gegessen eine melone das war sehr viel weil ich irgendwie ein bisschen hunger hatte ich habe ja immerhin auch 18 kilo abgenommen und wenn ich hunger habe er sich dann eben ein bisschen kräftiger und natürlich kann man nicht eine gallia melone und drei kiwis und und eine banane und was hatte ich noch zwei tomaten und eine paprika schön mit salz mit mit jodsalz paar tomaten mit jodsalz und paprika mit jodsalz schmeckt hervorragend einfach roh alles so ja einfach schön kauen ich kann natürlich das nicht für ein euro kriegen ja das ist klar aber ich muss ja auch nicht ich muss ja nicht jeden tag solche experimente machen ja jemand der den anderen auf der tasche liegt der soll doch bitte schön dann dann eben was weiß ich ein weißkohl für 49 cent essen oder eben ein paar möhren für 50 cent für 70 cent essen für 80 cent essen damit wird er genauso satt und hat auch alle vitamine dass ich mir natürlich luxus erlaube so zu sagen denn das ist selbstverständlich aber ich experimentiere halt immer wieder ich mache zwischendurch immer wieder tage wo ich gucke kann ich nach wie vor gut mit einem euro auskommen pro tag ja und dann sehe ich das immer wieder bestätigt dass das problemlos geht ja und zum beispiel gestern habe ich noch den fehler gemacht habe mir noch den luxus geleistet eine apfelsaftschorle einen halben liter apfelsaftschorle und einen halben liter malzbier zu kaufen das werde ich in zukunft nicht mehr machen ich werde demnächst dann vorher ein großes glas mit heißem leitungswasser trinken und dann erst einkaufen gehen und dann bloß nicht diese gefährlichen zuckergetränke die also fettleber machen bloß nicht mehr trinken das war also so ein fehler halt immer vor dem einkaufen gehen schon wasser trinken muss ich machen und dann eben nichts trinken sondern nur etwas zu essen kaufen aus der ganzen bandbreite hülsenfrüchte und so weiter ja hülsenfrüchte das einzige was ist dass ich die muss ich dann aus meinem tresor ab und zu holen linsen sozusagen denn linsen gab es jetzt mal kurzzeitig bei aldi gekochte linsen in dose ja aber ansonsten gibt es leider nur gekochte kichererbsen in dose kidney bohnen erbsen in dose wunderbar bei aldi und bohnen im glas ja in zwei varianten da haben wir hülsenfrüchte noch und noch da brauche ich dann also nicht an meinen prepper vorrat ranzugehen meinen meinen sicherheits vorrat an getrockneten linsen und mungbohnen und erbsen und und kichererbsen ranzugehen das einzige ist damit ich die linsen nicht vernachlässige werde ich dann doch immer wieder von meinem vorrat aus dem tresor die methode heißt ja tresor mit einwurfen methode die abnehmmethode das next next scientists for future.de wie gesagt gesundheitstipps und neues da finden sie mehr da sozusagen werde ich die linsen immer noch rausholen damit ich einfach diese abwechslung habe kidney bohnen kichererbsen erbsen bohnen im glas ich hoffe dass dieses diese diese industriell vorgekochten hülsenfrüchte dass die nicht besonders ungesund sind weil weil ich würde sie ja auch nur kochen und ich denke die werden jetzt nicht aktiv hingehen die industrie und jetzt diese gekochten hülsenfrüchte besonders ungesund machen hoffe ich jedenfalls wenn da jemand andere informationen hat wäre ich dankbar aber im moment geht es auch praktisch nicht anders denn ich kann ja ich komme ja nur jede woche höchsten höchstens jede woche einmal an den tresor an sonst müsste ich ja ständig meine bekannten belästigen wegen dem schlüssel sozusagen wo der schlüssel untergebracht ist ja und dadurch mache ich das ja nur einmal die woche und da hole ich mir dann meinen aus meinem haferflocken und nüsse vorrat was denn die nüsse sind halt auch ein riesen problem die gibt es nur in großpackungen und sie dürfen eigentlich pro tag nur ein drittel einer nusspackung essen weil das sind schon genug kalorien ja und dann muss man ja den rest immer in den tresor rein werfen und deswegen muss ich also dinsen haferflocken und nüsse muss ich leider einmal die woche aus dem tresor holen sozusagen vielleicht einmal die woche nur linsen einmal die woche vielleicht nur haferflocken einmal die woche nur nüsse oder eben doch eine mischung raus aus allem aber vielleicht einmal die woche linsen denn dazu muss ich kochen und einmal die woche eben ein müsli aus haferflocken und nüssen ja sozusagen und dann denke ich habe ich genügend paranüsse walnüsse mandeln und was es alles so an nüssen gibt es gibt jetzt was neues bei aldi ich glaube pekan kerne oder so ähnlich die muss ich auch mal ausprobieren und so nüsse sind da auch sehr wichtig ja ja aber das finden sie alles bei gesundheitstipps und neues ja also wie gesagt natürlich wenn ich essüchtig bin dann sage ich solche sätze wie und wenn ich vollbringend von den vorteilbringenden irrtümern der sozialspartler dann sage ich eben solche sätze wie nein für ein euro kann man nicht frühstücken mittagessen abendbrot unmöglich es geht nicht getränke fehlen auch leitungswasser ist das einzige gesunde getränk was wir in der welt haben es sei denn es ist wirklich so dass die die wasserwerke weil sie ja auch keine positiven anreize gesetzt wir haben bisher wir sorgen ja dann für ganz sauberes wasser weil wir den sozusagen die wasserwerke sozusagen danach belohnen ob die belieferten menschen sich gesünder entwickeln als in anderen regionen ja und denn dann wird der ehrgeiz sein wirklich wirklich sauberes wasser den bürgern zu liefern schluckwasser leitungswasser ich trinke also eigentlich nur noch zweimal am tag ich trinke morgens drei große gewaltige gläser also ungefähr wahrscheinlich ja was sind das zwei liter wasser heißes leitungswasser das erste glas mit ganz kleinen schuss magnesium weil ich ja auch gar nicht weiß ob ich diese nahrungsergänzungsmittel alle brauche oder ob das nur geld vergeudung ist ja und und dann eben wie gesagt vor dem einkaufen trinke ich dann noch mal ein großes glas heißes wasser und dann war's das ja also mehr ist nicht und getränke eben alles was sie trinken außer leitungswasser ist ja eh ungesund sogar das mineralwasser ist ja oft giftig und verseucht ja und giftiger als das leitungswasser sicherlich ist auch das leitungswasser nicht völlig ungiftig aber wahrscheinlich weniger giftig als die meisten mineralwasser oder so oder ja was soll man essen für ein euro vor allem auf landgebiet hier ist alles eh immer teurer ja das ist dieses das ist das diese anspruchshaltung ja bloß nicht die eigene esssucht hinterfragen bloß einfach nur die anspruchshaltung welt gebt mir gebt mir genug und und schenkt mir wobei diese person ich weiß gar nicht ob die selbst arbeitet oder nicht das konnte ich jetzt ja aus diesen kommentaren konnten wir jetzt bisher nicht genau herauslesen aber diese diese grundanspruchshaltung gibt mir natürlich wenn jemand eine echte rente bekommt dann dann steht ihm das auch zu dann steht ihm auch der luxus zu dann 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 darf man ihm auch dann würde ich ihn auch wegen seiner konsumsucht nicht kritisieren aber diese konsumsucht macht ist ja eine krankheit und ist ja ein leiden auch gut wenn man nicht krank werden will das ist wohl wieder die antwort drauf wenn man nicht krank werden will trinkt man nur leitungswasser und ist nur einmal täglich ungefähr zur gleichen zeit ein weiß kohl kopf kostet 50 cent ein paar tropfen öl und gewürzt ist 60 cent in der summe ja also zehn cent für öl hälfte gekocht hälfte roh schmeckt herrlich kerngesund allerdings habe ich zugenommen wird hier geschrieben ja das ist mir auch mit weiß kohl schon öfters passiert denn die gibt es ja natürlich nicht in jeder beliebigen größe man muss immer das kleinste kaufen also auch von süßkartoffeln immer die kleinste immer von von sellerie knollen immer die kleinste denn man nimmt schon zu wenn man auch nur einen sellerie knolle oder einen weiß kohl pro tag ist dann nimmt man schon zu viel zu ja oder hier das dem rezept bin ich auch schon mal gefolgt eine zucchini eine möhre eine aubergine 90 cent ja das könnte ungefähr hinhauen aubergine kochen rest hälfte roh lassen schmeckt herrlich ist kerngesund ja natürlich dann wenn man mal wirklich wirklich mal sucht tendenzen hat dann macht man folgendes man nimmt eine zucchini und eine aubergine und brät sie sich mit raps öl in der mit dem billigen raps öl in der pfanne das schmeckt so herrlich natürlich kriegt man da waren sind nicht viele kalorien weil ja natürlich die aubergine und die zucchini das öl regelrecht aufsaugen und man dann also eine öl aubergine und eine öl zucchini ist aber es ist natürlich total lecker also wenn man was sucht sucht anfall haben will irgendwas es sucht gier hat sozusagen dann bittet so etwas immerhin ist es nicht nicht total ungesund ja will man sich krank essen wird das sofort teurer in den medien wird immer behauptet das sind all diese vorteilbringenden irrtümer all dieser sozialsparkler ja immer diese behauptung gesundes essen sei teuer die wahrheit ist wie fast immer das gegenteil alles krank machende ist extrem teuer ja nutella ist teuer fast food ist teuer alles was krank macht ist teuer billig fleisch ist teuer ja dass das das war ja wenn man diabetes hat organe ja diabetes haben sie weil sie ihr ganzes leben essüchtig sind und weil sie dagegen nichts unternommen haben uns weil die ärzte nichts dagegen unternommen haben weil man ihnen nicht geholfen hat dagegen weil unsere gesellschaft ja alle profitieren ja von ihrer esssucht und ihrem diabetes ja die ärzte verdienen sich ja dusselig und dämlich mit ihrer diabetes deswegen braucht es ja die positiven anreize dass die hausarztpraxen und hausarztersatzpraxen mit ihren gesundheitskommunen glücks und gesundheitskommunen sozusagen ihnen helfen wie sie los kommen kommen von der esssucht ja wenn man diabetes hat organe fehlen vieles nicht essen darf wie rohkost ja also möglicherweise ist diese person schon operiert worden und 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 hat schon ist schon ja also anstatt dass man die diabetes an der wurzel behoben hätte ursächlich hat man quasi an den menschen rum operiert offensichtlich oder scheinbar ja ja und dann darf man keine rohkost mehr essen ja weil man dann ja quasi von der medizin schon unfähig gemacht wurde überhaupt gesunde nahrung noch zu sich nehmen zu können allerdings sie können auch alles gemüse kochen und dann ist es immer noch gesünder als als der übliche müll den man so kauft sonst dazu schmerzmittel dauerhaft nimmt ja das ist natürlich natürlich wenn jemand dann natürlich schon endgültig zerstört wurde durch unsere krankheitsfördernde krank macht medizin und gesundheitsindustrie krank gemacht wurde und zerstört würde dann ist es natürlich wirklich schwierig na dann dazu schmerzmittel dauerhaft nimmt und blutdruckmittel drei sorten sieht es anders aus ja also hier ist jemand der wurde von unserer gesellschaft total zerstört ja er wurde in die konsumsucht hineingesteuert und in die esssucht hineingesteuert und dann wurde er total deswegen sagen wir ja auch das krankenhaus ist ein schlachthaus der wurde regelrecht offensichtlich geschlachtet und seine gesundheit dann durch die behandlung noch mal ganz drastisch zerstört blutdruckmittel drei sorten sieht das anders aus tabletten die man selber von harz 4 satz zahlen muss 60 euro und zu zahlung bei rezept medis nur wasser schädlich wegen einer erkrankung geht nicht ja also natürlich machen machen die next scientists for future natürlich politik für nicht ausdrücklich für die und separat für die durch die medizin industrie zerstörten menschen für die wird man natürlich dann ausnahmen machen müssen und so weiter ja also da wird es dann schon ausnahmeregelungen geben müssen aber die werden dann übrigens über das medizinsystem laufen ja denn wenn die leute tatsächlich entweder ein mini harz 4 oder ein mini bedingungsloses grundeinkommen dann bekommen wobei wie gesagt ja niemand mehr nicht arbeitet ja also dieses nicht arbeiten können müssen sie vergessen es gibt ja dann keine arbeitslosen mehr ja wenn die sozialspartner wie die arbeitsamt mittlerweile mit mitarbeiter in zukunft nicht mehr arbeitslosigkeit fördern sondern arbeitslosigkeit beenden dann gibt es ja keine arbeitslosen mehr ja aber also natürlich wird es so laufen dass dann aus den etats der hausärzte oder aus den geldern der krankenkassen der ärzte da werden diese zuzahlungen da werden die sachen ausgegleicht für die denn die natürlich ist das mini harz 4 oder mini bge ist natürlich nur konzipiert für gesunde leute und wenn es da wirklich dann für zerstörte menschen werden dann ausnahmen gemacht und wird über das gesundheitssystem werden die gelder ausgeglichen aber nur die die unbedingt nötig sind und die ärzte werden ja dafür sorgen dass die leute aussteigen können aus der medikamentensucht und so weiter sozusagen die ärzte die früher alles getan haben dass die leute also ohne böse absicht unbewusst nicht bewusst alles dafür getan haben dass die leute in die medikamentensucht hineinbekommen sind die werden die menschen jetzt dann raus lenken aus der medikamentensucht weil ja die gesundheitsreform nur noch gesundheitsförderung also quasi nur noch das herstellen von kerngesunden kunden belohnen werden durch die positiven anreize die neuen positiven anreize im neuen jetzt wieder die antwort drauf im neuen gesundheitssystem würden ihnen würde ihnen alles bezahlt was aus krankheitsgründen nötig ist aber nicht das was die krankheit aufrecht erhält chronisch ist jetzt wieder die antwort von dem anderen chronisch oder der anderen person chronisch ist alles geht nie wieder weg bin eu rentner oder ja rentner die sie ja abholen und zur arbeit zwingen wollen obwohl ich also niemand würde ein rentner der das konzept der next scientists for future empfiehlt dass natürlich ist ein alter geben wird auf dem jemand einen rechtsanspruch auf rente hat und dann wird das selbstverständlich in ruhe gelassen es sei denn er entscheidet sich freiwillig weiter arbeiten zu wollen worüber wir uns freuen würden weil es ist gesünder wenn man weiter arbeitet denn wer rastet der der rostet nicht nur sondern der stirbt auch früher ja also wer nicht mehr arbeitet stirbt früher ja und deswegen empfehle ich würde ich jetzt den leuten empfehlen so wie ich bis zum letzten tage ihres lebens zu arbeiten wenig aber so viel wie es spaß macht ja und immer diese unterstellung als ob irgendjemanden ja die 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 arbeitsamt mitarbeiter werden sich gebärden als die besten freunde und die besten freunde holen die leute ab denn wenn der arbeits der arbeitsamt mitarbeiter jemanden zugegen sein willen zur arbeit zwingen wollte dann würde der geht natürlich dagegen rebellieren und würde natürlich erst recht nicht arbeiten denn arbeiten kann doch nur gelingen wenn es eine freiwillige sache ist und natürlich wenn jemand hartnäckig darauf besteht nicht arbeiten zu wollen dann wird er halt ein ein super mini also wirklich das absolute minimum haben so dass er angstfrei leben kann völlig angstfrei leben kann aber dann wird er vielleicht nicht mehr den luxus bezahlt bekommen telefon und internet und so weiter wird er nicht mehr bezahlt bekommen sondern wirklich nur noch essen leitungswasser wohnung heizung was weiß ich ein bett und das war's dann und dann soll er halt sozusagen dann geht er halt tagsüber raus und 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 kann sich mit leuten unterhalten und so weiter aber nichts was geld kostet dann für leute die die arbeit einfach grundsätzlich verweigern und eine ausnahme wird sowieso es geben für die die sagen ich ich kann nachweisen und kann ihnen zeigen als mitarbeiter des arbeitsamts dass ich eine wertvolle arbeit für die gesellschaft mache die zwar nicht finanziell honoriert wird die ich aber quasi als eigene ehrenamtliche einrichtung mache also insofern mache ich ehrenamtliche arbeit und deswegen bin ich nicht bereit ihnen zu also zu folgen zu einem job hin ja weil ich ich brauche die zeit für diese und wenn der wenn der mitarbeiter des arbeitsamtes sozusagen wenn das wirklich einstufbar ist als eine wertvolle ehrenamtliche tätigkeit für die gemeinschaft dann wird man den in ruhe lassen und wird wahrscheinlich nur eine ganz geringe absenkung des kleinen harz viers dann vornehmen so damit er so damit nicht die leute sozusagen das einfach nur behaupten und etwas vorspielen und dann noch die gleiche höhe kriegen sondern die kriegen dann schon etwas weniger aber die kriegen nicht so viel wenig wie die die sich grundsätzlich weigern und sagen ich will grundsätzlich ich will als sozialparasit leben ich möchte als sozial schmarotzer leben ich will grundsätzlich ja denen wird man wahrscheinlich nur das absolute minimum geben so dass die angstfrei leben können und satt werden aber mehr nicht keinen cent mehr und keinen luxus und keine luxuswohnung einrichtung für die wird man dann vielleicht spezielle wohnungen haben wo wirklich nur das absolute minimum drin ist kein computer kein telefon nichts gar nichts sondern da sollen die dann rausgehen und sich mit anderen sozial schmarotzern unterhalten darüber wie schön es ist als sozialparasit auf kosten der hart arbeitenden menschen zu arbeiten aber sie merken wir arbeiten für die bürger die für die fleißigen die next scientists for future und nicht für die schmarotzer ja also das noch mal ganz deutlich zu sagen wobei wie gesagt ich kann diese personen die hier schreiben ja überhaupt nicht beurteilen das ist ich weiß ja gar nicht in welcher situation die leute sind aber ich meine jetzt nicht den kot die kommentatoren hier sondern generell das was ich jeden tag auf der straße hier in köln's früher mal schönsten viertel sehe nämlich dass da die dass da lauter sozial schmarotzer rumlungern die alle arbeitsfähig wären und die einfach keine lust haben zu arbeiten weil sie es für selbstverständlich halten dass die die sklaven nämlich die 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 normal arbeitenden bürger die das deren sklaven ihnen als herren dienen und geben und als oft mit einer regelrechten forderungshaltung die bürger regelrecht versucht wird die bürger regelrecht zu nötigen ihnen was zu geben weil das steht mir doch zu ich bin doch als sozial schmarotzer ist es doch völlig in ordnung dass ich als sozial schmarotzer sozusagen auf eure kosten lebe ja ihr wollt doch arbeiten hört doch auch auf zu arbeiten ist es wird die ganze welt kann doch auch funktionieren ohne dass wir arbeiten dort wird das ist doch niemand braucht doch irgendwie auf dem feld irgendwas zu ernten oder irgendwelche äpfel zu ernten oder 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 sonst was ich das könnte oder die gebratenen tauben fliegen uns doch alle in den mund die erde ist doch ein schlaraffenland niemand braucht was arbeiten alles kommt geflogen und kommt wird geschenkt und so weiter solche illusionen sind wirklich vorhanden also es ist unheimlich ja mit welcher unverschämtheit und auch unverfrorenheit und dann auch mit krimineller energie weil die leute wirklich diese sozial schmarotzer ja die ja auch wir die ja teilweise auch aus aller welt kommen das sind genauso deutsch aus deutschland kommende wie aus aller welt kommende professionelle sozial schmarotzer die glauben wirklich die die leben in einer welt dass sie wirklich einen anspruch darauf hätten vielleicht haben die auch so im kopf naja gut diese diese nazis diese deutschen die sollen jetzt mal bluten für mich denn das sind ja das sind ja untermenschen weil die die das sind ja die nazis und vielleicht ist es so im kopf vieler menschen ja also viele solcher sozialparasiten ich weiß jedenfalls zum beispiel von der davon zum beispiel eine frau hatte mal versucht so eine die natürlich arbeitsfähig wäre und dann hat er hat das hat dann kam die caritas und hat der wohl fünfmal jobs angeboten und dann haben sie es aufgegeben weil sie festgestellt haben die lebt lieber als sozialparasiten und weil sie da auch viel mehr geld kriegt und dann brauchst du nicht zu arbeiten muss man nur sitzen und und die anderen als parasit die anderen anzapfen und deren arbeitskraft anzapfen und die als sklaven aussaugen ja und das ja das werden die next scientists for future wohl nicht befürworten ja das ist einfach sondern wir machen politik für die fleißigen ja obwohl ich krank zu hause jeden tag open source software schreibe und allen zur verfügung stelle ja das würde dann wahrscheinlich der arbeits mit amt mitarbeiter als gemeinnützige tätigkeit anerkennen und würde dann das harz 4 oder das mini bedingungsloses grundeinkommen nur minimal absenken ja sozusagen so dass das sozusagen dass nur eine kleine reduktion bedeutet während die leute die wirklich sagen ich bin bin so faul ich will gar nichts arbeiten die kriegen halt noch mal auf das absolute minimum runtergefahren ja also denn wie gesagt sie können sich auch mit kartoffeln ernähren da kommen sie mit zehn euro im monat aus oder so ja mit kartoffeln und öl das schmeckt übrigens hervorragend das billig raps öl von aldi mit kann kartoffeln festkochende kartoffeln gekocht und ach das schmeckt paradiesisch manchmal esse ich die auch mit schale nur ich esse zurzeit gar nicht weil kartoffeln da nehmen sie zu da sind sie immer gefährdet zuzunehmen deswegen ist es dann gut wenn jemand so wenig wie möglich geld in der hand hat weil dann kauft da nicht so viele kartoffeln und dann ist da auch nicht so viele kartoffeln dann kann auch nicht so schnell zunehmen denn die versuchung ist bei kartoffeln mit öl ist ist gewaltig da richtig rein zu hauen ja und dann schreibt der ich werde dafür sorgen dass basis meint er die partei die basis oder meint er die basis von wir 2020 eu oder und oder de weiß ich nicht dass die sowas nicht unterstützt ja das ist das ist typisch also er möchte quasi dass die neue partei möglichst eine partei für die armen für die sozial schwachen und für die arbeitslosen wird das ist aber keine linke politik das ist keine soziale politik die link die echte linke politik ist erst einmal die die politik für die fleißigen arbeitnehmer in der gesellschaft und das machen die next scientists for future das ist echte linke politik und die echte soziale politik dass man auch sich um die unverschuldet in not wirklich unverschuldet in not befindlichen sich kümmert ist selbstverständlich für echte soziale und echte linke politik aber doch nicht zum hauptthema einer partei also wir machen doch jetzt keine politik für die nicht arbeitenden so niemand soll jetzt kommt wieder die antwort niemand soll je zur arbeit gezwungen werden wer sich weigert und wertvolle gesellschaftsdienliche arbeit nachweisen kann oder zumindest deren absicht wird vom arbeitsamt in ruhe gelassen werden naja gut dass der die person weiß das nicht so genau ein bisschen absenkung würde es schon geben ja damit da man da nicht eine tür aufmacht für lauter pseudo soziale tätigkeiten also es muss schon auch dann eine spürbare reduktion sein ja dass man noch ein tick weniger bekommt ja denn man könnte dann ja man kann dann eben gucken dass man dann halt was weiß ich die wohnungseinrichtung noch spartanischer wird oder irgendwas also auf jeden fall müssen müssen es abstriche sein so dass man für seinen wunsch ehrenamtlich zu arbeiten nicht noch belohnt wird insofern dass man dann also dass plötzlich die ganze armeen von leuten kommen und irgendwie den arbeitsamt mitarbeitern vorgaukeln und man kann das ja nicht immer so leicht nachprüfen dass man sozusagen ja ehrenamtlich tätig sei obwohl man es gar nicht ist sondern es muss ja dann so sein ja das arbeitsamt akzeptiert das dann und reduziert die versorgung etwas so dass sozusagen der der ehrenamtlich tätige einen gewissen preis dafür zahlt dass er ehrenamtlich tätig sein darf und das arbeitsamt behandelt ihn aber nicht wie einen total arbeitsverweigerer die würden natürlich auf das absolute minimum gesetzt werden und ich glaube darüber dass ich das jetzt hier sage freut sich jeder anständige fleißige bürger der kein sozial schmarotzer ist und der sich oft darüber aufregt dass das alle an seinem geld so viel wegnehmen wir wollen wir wollen dass die arbeitslosenversicherung auf was weiß ich um um 90 prozent reduziert werden kann weil ja die leute erstens es keine arbeitslosen mehr geben soll oder fast keine arbeitslosen mehr geben soll und dadurch können wir all diese sozialversicherung reduzieren und wenn wir dann lauter gesunde topfitte rentner haben und die alle wieder lust haben anfangen zu arbeiten weil sie lust drauf haben nicht weil sie müssten niemand muss ab dem rentenalter gilt automatisch jeder hat das recht in rente zu gehen aber doch nicht die pflicht in rente zu gehen also insofern allgemein gewinnt man aber fast den eindruck weite bereiche der gesellschaftlichen diskussion werden von arbeitslosen geführt das würde übrigens zudem passen dass ja auch in den bürgerparlamenten würden sich ja auch wahrscheinlich massen von arbeitslosen und rechts also von nazis und links radikalen wahrscheinlich befinden und die würden dann natürlich deutschland in ihre regieren ja ja also in weite bereiche der gesellschaftlichen diskussion werden wohl offensichtlich von arbeitslosen geführt die ihr leben auf kosten der arbeitenden verschönern schönern wollen ja gut gegenüber so was machen wir bei den next scientists for future also eine ganz knallharte absage da machen wir nicht mit ja die arbeitenden wären dann die sklaven und die arbeitslosen die sklaven halter ja genau so läuft das ja also die bettler die da in köln rum sind wie gesagt die alle arbeitsfähig sind da ist keiner mit behinderung dabei auch keine da gab es mal einige die diese behinderung vorstellen spielen die die drehen dann die turnschuhe um dann sieht das so aus als wären hätten sie verkrümmelte füße und so weiter auch die haben wir im moment nicht sondern wir haben welche die da ganz offen und unverschämt sitzen wo man genau sieht die sind absolut arbeitsfähig ganz topfitte leute absolut arbeitsfähig aber die haben diese grundanspruchshaltung die anderen sind doch meine sklaven und solange ich sklaven halte brauche ich doch selber nicht zu arbeiten ich bin ich bin der sklaven halter ich bin der bettler dem es gut geht und die anderen müssen für mich rackern ja und das ist ja und hier steht es ja auch das schreibt ja auch jemand das ist keine soziale gesellschaft sondern spät römische römische dekadenz der masse der dass diesen begriff benutzen wir ständig der masse der arbeitenden geht es um ganz andere dinge aber auf keinen fall darum die minderheit der arbeitslosen zu verwöhnen oder noch stärker zu verwöhnen wenn das das ziel der neuen parteien soll sein soll dann distanzieren sich die next scientists ganz bestimmt ganz schnell von diesen parteien da hat die person recht da würden wir uns knallhart distanzieren die hat wohl unsere sendungen kräftig geschaut ne ja die next scientists entwickeln reformen für die fleißig arbeitenden anständig sich benehmenden bürger ja deswegen ja auch unser unsere rechtsstaatreform ja der ehrliche bürger wird geschützt weil die polizei die staatsanwaltschaft die rechtsanwälte und die gerichte alle den gleichen anreiz bekommen wenn es frieden ist im lande und alles friedliches und alles völlig kriminalitätsfrei dann werden alle belohnt und solange es noch kriminalität gibt werden alle nicht so hoch belohnt ja und da werden die positive sind die fallen die positiven anreize entsprechend niedriger aus ne und das lenkt ja wir die next scientists for future sind die die politik empfehlen für die fleißig arbeitenden anständig sich benehmenden bürger also für die große mehrheit der gesellschaft und nebenbei muss natürlich auch noch eine kleine nothilfe da sein für unverschuldet in not geraten naja selbstverständlich aber dafür die arbeitenden zu sklaven einen einer reichen nicht arbeitenden kaste zu machen also schmarotzertum zu professionalisieren werden sich die next scientists sicher niemals und dann schreibt wieder jemand der wohl auch wieder auf der anderen seite ist also eher wieder dieses sozialparasitentum befürwortet mit solch drakonische askese werden sie keine wähler begeistern können ja es redet doch niemand von askese für die hart arbeitenden bürger sondern für die die auf kosten der hart arbeitenden bürger arbeiten nur da reden wir von askese und diese wähler zahlen sind so gering es gibt ja nur drei millionen arbeitslose in deutschland viel zu viele aber auch wenn die jetzt alle zur wahl gehen würden wären sie eine verschwindend geringe gruppe und die meisten davon gehen ja gar nicht zur wahl sind ja alles nicht wähler ja und so weiter also diese diese wähler gruppe auf die müssen wir verzichten auf auf die professionellen sozialparasiten müssen wir halt verzichten ja die die von denen kriegen wir keine stimme und das ist auch gut so ja als ob ja also ich lese mal weiter überzeugen schon gar nicht das ist auf lange sicht nicht mehrheitsfähig ist also dieser mensch lebt in der illusion also in dem vorteilbringenden irrtum der sozialspartler als wäre die mehrheit dafür die arbeitslosen zu verwöhnen also da ich kann da keine mehrheit erkennen also wenn die leute ehrlich sind und mal sagen was sie denken dann sagen sie ich finde das schrecklich dass von meinem geld all diese schmarotzer sich fett fressen ja also solche tone höre ich da eher und dann schreibt die person weiter ich mag krautsköpfe gern aber nicht jeden tag ja also das ist eben ja das ist für mich ist dass die stimme des sozialparasitismus ja da kommt die antwort wieder wir als unbeteiligte brauchen ja auch niemand begeistern wir als ziemliche fans der next scientists for future sind einfach nur entsetzt wie sehr hier manche meinen die verwöhnung von arbeitslosen könne zu irgendeinem wahlerfolg führen die hart arbeitenden bürger werden stinksauer werden über die die großzügigkeit über die großzügigkeit mit der manche deren geld unnötig großzügig verschleudern wollen für nichts also weiter verschleudern wollen wir klären ja erstmal darüber auf und sagen den leuten ja leute ihr wurdet bis jetzt zu sehr geschröpft und wir wollen euch mehr geld belassen ja wir wollen ja ein wirtschaftswunder für alle 500 milliarden jährlich wirtschaftswunder für alle auch indem wir den sozialschmarotzer nicht mehr zu viel zucker in den hinter blasen denn dann kriegen davon kriegen sie nämlich diabetes also die hart arbeitenden wähler freuen sich darüber dass die next scientists for future ihnen die wahrheit verraten nämlich dass ihr geld sinnlos verschleudert und vergeudet wird bisher muss man ergänzen und dass die beiträge für die arbeitslosenversicherung durch die next scientists for future drastisch gesenkt werden sollen und dass generell alle sozial gaben gesenkt werden sollen denn wenn viele rentner aus spaß weiter arbeiten bis zum tode brauchen können wir auch die rentenbeiträge senken ja das begeistert die wähler ja also ja genau das ist das ist echte politik für die mehrheit der gesellschaft für die mehrheitsgesellschaft denn 56 prozent kriegen sie nicht durch politik für minderheiten sucht förderung durch zu viel geld in der hand ist das stichwort also bei mir ist auch so geld knappheit wirkt wunder bei sucht tendenzen genau das ist genau richtig das so ist das stellen wir das ja auch in allen sendungen da und auch im forum und so weiter auch bei uns haben einige die ernährungsexperimente nachvollzogen mit diesem sparsamen umgang mit dem geld das andere erwirtschaftet haben würden die leute wesentlich gesünder die leute müssen doch nicht suchtkrank bleiben und weiter teuer rauchen und alkohol trinken konzentration auf preiswerte gesunde nahrung kann da wunder wirken ja das ist genau richtig nur so habe ich ja auch selbst meine 18 kilo abgenommen ja weil ich einfach mal das geld reduziert habe und die geld reduktion hat jetzt dazu geführt dass ich endlich mein idealgewicht habe und solch eine grundhaltung gegen die hart arbeitende mehrheit bedeutet keinerlei wahl chancen die 56 prozent der nächsten seien kamen doch wohl genau daher dass sie reformen für die fleißigen machen und eben keine weitere unnötig überhöhte verschleuderung des geldes der fleißigen an die nicht arbeitenden kämpfer für die nicht arbeitenden sollten eine partei der nicht arbeitenden aufmachen und dafür kämpfen möglichst viel den arbeitenden wegzunehmen zwei prozent maximal bei jeder wahl also ich glaube noch nicht mal dass die so viel prozent bekommen würden außerdem kümmert sich schon die linke rühren darum die nicht arbeitenden zu verwöhnen da hätten die dann gewaltige konkurrenz genau denn die linke ist ja eine die macht ja sozusagen frühstücke für hartz vier empfänger und so weiter ja das ist ja da gibt es ja schon so eine partei die also allen nicht arbeitenden dient sozusagen und für die der für sprecher ist ich kann nur hoffen dass wir 2020 nicht und auch die basis wo muss ich ergänzen nicht den irrweg einschlägt die partei der umverteilung von den fleißigen hin zu den nicht arbeitenden zu werden spätrömische dekadenz haben wir schon genug gut gebrüllt höre dabei spielt wohl auch der vorteilbringende irrtum der irrtum der sozialsparten das märchen von von der uns angeblich ausgehenden arbeit eine rolle dieses märchen begeistert überall bei nicht richtig ausgebildeten leuten geistert überall bei nicht richtig ausgebildeten leuten rum die technik nimmt den menschen natürlich selbstverständlich manche arbeiten ab aber dafür bleiben noch millionen andere übrig also wenn wir zum beispiel was war ich habe keine ahnung wie viel wie viele leute wir brauchen um zum beispiel unsere landwirtschaftlichen flächen wieder zu entgiften und mit boden entgiftungs medikamenten und all das ja also überall entsteht ja neue arbeit oder zum beispiel jetzt überall gewächshäuser bauen in denen die herrlichsten früchte und gemüse wachsen und so weiter überall in neue arbeit ja also gesunde ernährung gesundes wasser gesundes ja überall entsteht ja neue arbeit wir müssen ja im prinzip auch alle häuser neu bauen im sinne von neues biologisches gesundes wohnen in kommunen geeigneten häusern oder und so weiter und häuser in gewächshäusern die keine energie brauchen weil sie auch im winter genügend licht und sonder abkriegen dass sie kaum heizung brauchen und so weiter ja also wir haben arbeit ohne ende also diese dieser vorderbringende irrtümer der irrtum der sozialspartner uns geht die arbeit aus also ist es völlig in ordnung wenn meine kunden arbeitslos bleiben ja und dann die daran hängen sich natürlich die sozialschmarotzer ran und sagen dann ja ja die wissenschaftler sagen doch dass uns die arbeit ausgehen wird also ist es doch völlig in ordnung dass ich weiterhin als sozialschmarotzer lebe weil es ist doch völlig in ordnung denn schließlich geht uns ja die arbeit aus ja diese mentalität ist wirklich krank so hier stehst es weiter die menge des arbeitens hängt von der bedrohungslage in der welt ab gäbe es keine waffen arsenale in der welt könnte man die arbeitszeit verkürzen ohne die eigene sicherheit zu gefährden im moment haben alle staaten noch den zwang so viel wie möglich zu arbeiten also das was wir ja hier steht es noch mal erst eine pazifistische welt erlaubt die wiederherstellung des naturzustandes drei stunden arbeit je tag ja so so formulieren wir das ja auch als next scientists for future wir wollen die reform dass also jeder rüstungskonzern nur noch positive anreize also zum beispiel verdienstzuschüsse bekommt für den rückgang der gewalt in der welt und der getöteten menschen in der welt der gewaltsamen getöteten menschen in der welt ja und dadurch entsteht dann kommen wir wieder in den naturzustand das natürlichen pazifismus der menschheit zurück dadurch gibt es auch keinerlei bedrohung mehr darf dadurch müssen wir auch nicht mehr high technologisch um es unbedingt mit spitzen mini abwehrraketen die also jede anfliegende rakete abfangen können jedes anfliegende flugzeug aufhalten können und abfangen können das brauchen wir dann nicht mehr und dann können wir von acht stunden arbeit runter auf drei stunden arbeit je tag aber vorher nicht weil es dann gefährlich wäre wir haben so viel angriffsrüstige staaten auf der erde die da würde uns ja lichtenstein erobern können ja also sozusagen bis es soweit ist durch die reformen der next scientists for future bis der weltweite pazifismus durch die next scientists for future erzeugt worden ist muss jeder auf der welt so hart rackern wie er nur kann damit man nicht selber zu denen gehört die als nächste das opfer von angriffskriegen werden und da heißt das selbstverständliche ziel null arbeitslosigkeit null obdachlosigkeit suchtabbau und so weiter kein festhalten der menschen in der untätigkeit ja also ja wie war das das arbeitsamt hält mit dem vorteil mit den vorteilbringenden irrtümer die vorteilbringenden irrtümer führen dazu dass das arbeitsamt faktisch den arbeitslosen nicht hilft und sie auf der anderen seite verwöhnt wenn sie arbeitslos bleiben und dieses festhalten muss ein ende haben das ist keine soziale politik das ist hoch unsoziale politik denn jedem menschen geht es viel besser und die depressionen werden viel geringer wenn die leute wenn jeder sagen kann ich arbeite mit ich gehöre zur gesellschaft ich arbeite mit ja und da da geht es psychisch allen menschen besser und das ist echte soziale echte linke politik ja das war es schon mal wieder so dann geht es hier wieder zurück ja schluck wasser aber ich glaube das war es mit der heutigen wissenschaftlichen tagesschau heute na na bleik ist weg ja ich kann nur hoffen dass youtube jetzt dieses bild erkennt ja also gehen sie gehen sie googeln sie auf tour durch die sender youtube sie brauchen eigentlich nur googeln dann kommt glaube ich der sender direkt ich kann es ja gerade mal nach nächst glaube ich das geht jetzt hier nicht aber tour durch die sender nein sie müssen die welt klar sehen natürlich müssen sie bei youtube suchen die welt klar sehen dann sehen sie auch die älteren sendungen mit der partei wir 2020.de und die diskussionen haben wir vorgelesen und der wahrheitskongress das habe ich alles erwähnt und ja also tschüssi bis bald das war das wort zum sonntag